Wie viel Prozent Alkohol muss Glühwein mindestens enthalten, um ihn in Deutschland auch als Glühwein verkaufen zu dürfen? Was hat der Schnaps? Wie viel Prozent hat der Schnaps? 15 Prozent. 40 Prozent. Oh, da kenne ich mich schlecht aus. Oh Gott, was hat denn ein normaler Wein? 22 Prozent. Nein. So viel? 23 Prozent. 23? Mhm, 23. Okay. 18? 20? 2,5? 7 Prozent? Boah. Schau, wir werden hier vergaun. Das wird die Super. Oh, scheiße. Ich finde es schöne und entspannte, ruhige Weihnachtsfeiertage vor allem unseren jungen Patienten und Patientinnen. Ich bin immer noch. Oh, schon. Ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht. Oh, schon. Ich bin immer noch nicht.